Hallo zusammen, ich bin Franzi, Trainerin hier im Hardis in Greifenberg und wir sprechen heute mal über das Thema Endorphine. Du kennst es bestimmt, du bist im Training, die letzte Wiederholung irgendwie. Eigentlich hast du keine Lust mehr, du bist dann an der Grenze und denkst dir so, wow. Und plötzlich bekommst du so einen krassen Energieschub, wo du denkst, wow, es geht noch voll viel. Dafür sind die Endorphine zuständig. Endorphine sind körpereigene Hormone, das heißt, du musst sie nicht extra über die Nahrung zufüllen, sondern unser Körper bildet sie ganz von alleine. Bekannt sind Endorphine auch als körpereigenes Schmerzmittel. Endorphine regulieren im Zusammenspiel mit anderen Botenstoffen wie Adrenalin und Serotonin das körpereigene Wohlbefinden und Glücksgefühl. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, da freue ich mich für meine Endorphin-Produktion. Abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um alle wichtigen News und Updates zu erhalten und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.